Hallo, seid gegrüßt. Ich möchte euch mal mein Zwischenspiel zeigen. So kurz, ein kurzer Shooter. Und das ist der langsame Pfeil. Und das Spiel gibt es gratis auf Steam. Und ich kann es nur empfehlen. Und zwar, weil es absolut süchtig macht. Und also für mich ist es eine sehr willkommene Abwechslung. Schaut es euch an. Es macht wirklich Fun. Es ist fast selbsterklärend. Weil, große Wissenschaft ist das nicht. Man schiesst Pfeile und es wird immer schneller und schneller. Und baut sich so mit den Kisten ja die Schwerter auf den und die Pfeile auf. Stärker, schneller, breiter. Guckt es an, ihr werdet es sehen. Am Anfang ist es noch sehr langsam. Macht auch totale Laune. Ich habe es nur mal per Zufall gesehen. Danach dachte ich, ach ja, komm, ich lade es mal hoch. Und seitdem ist es immer mein Abwege-Reagier-Spiel. Mein, also wie gesagt, zwischendurch mal eine Runde. Das macht Laune. Am Anfang bin ich darauf bedacht auf Fauer und Distanz. Also Reichweite und Schaden und die Hunde und die Brachen sind sehr wichtig. Die braucht man nach hinten raus. Es wird immer schneller. Ihr werdet es sehen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ein, zwei Ründchen kann ich euch zeigen. Dann mache ich was anderes. Ich halte jetzt meinen Schnappel. Guckt es an. Ja, jetzt bin ich halt schwer noch auf Distanz. Was habe ich denn Bildrand oben erreicht? Das mehr geht ja nicht. Ein bisschen drüber raus. Dann bin ich zufrieden. Und dann gehe ich auf Schaden und andere Sachen. Tempo, Schaden, Reichweite. Das sind so die... Die Wäldigkeit ist auch sehr gut. Eigentlich alles, aber am Anfang möchte ich immer erst die Distanz aufbauen. Dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Ich seht es ja jetzt hier. Da kann ich schon hinten rausballern. In einem Zwischenboss erledigen. So. Was war es? Jetzt bin ich drüber raus. Jetzt gehe ich auf die Schwerter. Reichweite. Abflugzeug, Schwert, Schwert. Eigentlich brauche ich das nicht zu erklären. Der hat mich jetzt ziemlich Leben gekostet. Das war blöd. Den hätte ich, glaube ich, stehen lassen können. Egal. Es geht ja immer weiter, immer weiter. Oh, 93 Leben. Das ist gut. Distanz haben wir. Schaden. Komm, hau rein. Jawohl. Wache. Tempo. Jawohl, Tempo. Ja, ich müsste mir ja mal die Nase putzen, oder? Häufigkeit. Nehme ich auch gern. Jetzt. Ihr habt schon gemerkt, es ist ein Diesel angezogen. Es geht schneller. 1,6. Das war zu viel. Ich hätte nur auf den End-Boss, also den Zwischen-Boss halten sollen. Ihr seht ja hier, ich bin ja erst bei Stufe 3. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Und ich halte meinen Schnaffel, das ist wohl besser. Dann könnt ihr euch ein bisschen besser das Spiel anschauen. Viel Spaß. Ja, die habe ich jetzt genommen. weil es mir zu langsam ist. Okay, Pfeile. Letztes Mal Hund. Jetzt hätte ich gern Reichweite. Du seht's, das ist zu wenig. Ah, ich fliege noch in das Schwert. Echt. Ja, super. Braut sie, komm. Ich brauche Reichweite. Wie ist das, wenn ich beides nehme? Was, das habe ich? Ich kann es nicht sehen, ob ich beide Schilder habe. Ah, ja. Jetzt höre ich es, dass ich es nicht habe. Geht nicht weiter, oder? Oh, 3,61. Das ist viel Leben. Häufigkeit nehme ich Schaden auf. Jawohl, die Stunts. Endlich wird's höher. Weiter. Nicht höher. Komm schon. Komm, komm, noch die Stunts. Häufigkeit, okay. Tempo Leben. Drachen. Yes. 1K. Tempo. Diesmal sieht's ein bisschen besser aus, wie das erste Mal. So. Okay. Das lief doch schon ganz gut. Jetzt. Das war's. Okay, ich versuch's nochmal. Ah, das war ein bisschen knapp. Der kam zu früh rein. Ja, so kann ich ein bisschen wedeln, aber alle kriegt man halt nicht, wenn man doppelt nimmt. Es ist sehr schwierig, dass man da die verliert. Zum Beispiel, jetzt sollte ich nach hinten raushalten. Und wieder einmal hat's mich erwischt, weil ich zu gierig war. Also, ihr seht, nach hinten raus, nicht doppelt nehmen, die Figuren. Das ist die letzte Runde, die ich mache, aber das sage ich jedes Mal. Das ist die Gefahr, die man bei dem Spiel hat. Was sagen? Ja, ich nehme nur noch eine Runde. Oh, zwei Schaden und eine Distanz. Das ist eine fiese Nummer jetzt gerade gewesen, oder? Weil Distanz hätte ich gerne, aber zwei Schaden plus. Doppelmoppel. Gut. Doppelmoppel. Also, die Fräージ Disala. Schadenacas Diebelung. Verstambl? Doppelmoppel. Verstaiber. Dann werden wir sehen, die Drabben sind vielzählig. Okay, das wäre auch erledigt. Jetzt habe ich dich voll. So. Na ja, dann nehme ich halt das Tempo. Okay, ich habe es gehört. Oh, nee, das war jetzt blöd. Die Pfeile. Jetzt habe ich einen Fehler gebaut. Aber egal. Es ist ja nicht so, dass ich nicht nochmal spielen könnte. Die Distanz, komm, nehmen sie jetzt endlich. Jawohl, plus drei, geil. Und nun, Häufigkeit, Schaden. Sehr gut. Jetzt da. Jetzt haben wir das Leben und mach den auch kalt. Dann dich, dann dich. Jawohl, Distanz. Jetzt haben wir das, was wir wollten. Dann Häufigkeit. Und jetzt wieder aufleben. Sorry. Ich habe ein Dach gegeben, was das macht. Ja, den haben wir. Hier. Nein, nicht doppelt. Das geht nicht mehr. Das kann ich auch draußen. Das funktioniert hier nicht mehr. Okay, neben mir auch noch. Komm schon, mach ihn platt. Jawohl, jetzt. Jetzt stimmt's. Häufigkeit. Sehr gut. Häufigkeit. Sehr gut. Ja, gut. Jawohl. Jawohl, Leben. 2-9. Ja. Egal, zwar beides. Jawohl. So, dann habe ich das richtig gesehen. Wow, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss Leben nehmen. Schaden 2, nehme ich. Schaden 2, nehme ich. Oh, ich habe zu lange gewartet. Oh, jetzt habe ich echt gedacht. Oh, jetzt war jetzt Glück, Glück, Glück. Ich muss besser aufpassen. Distanz habe ich genug. Ah, das ging nicht anders. Ich muss durchkommen. Der Rest ist egal. Tempo. Tempo. Jawohl. Jawohl. Nein, jetzt habe ich zu lange auf den Linken gehauen. Das war zu viel. Ihr seht's. Und das ist die Gefahr. Du drückst halt nochmal auf Neustart. Und dann, ja, dann denkst du halt an so einem Minigame und es ist keins mehr, weil es doch länger geht. Aber, wie gesagt, es macht total Spaß. Ich kann es empfehlen. Macht's gut. Ich spiele noch fertig. Lass es laufen. Wenn ihr weiter schauen möchtet, schaut mit mir. Willst du noch fertig spielen? Das ist wirklich die letzte Runde. Ansonsten macht's gut. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn's wieder heisst. Was macht er denn jetzt schon wieder? Tschüss. Und viel Spass beim Spielen, selbstverständlich. Auf. Elche mit habt. Oh hoho, ich bin durch. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Oh, ich habe es noch. Oh, ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Ah, okay, das war es jetzt endgültig. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss an alle, die dabei geblieben sind. Macht's gut.